Natürlich wird's Nacht, äh, wie immer, wenn wir eine Aufnahme starten. Ähm, ja, wir haben ja letztes Mal so ein bisschen Schwung-Sachen getan und werden dieses Mal auch wieder ein bisschen Dinge tun. Erstmal wollte ich aber zwei Sachen nachgucken, also hier hat sich auf dem Hör nichts verändert. Jetzt gehen wir einmal runter und gucken mal, was die Pilze machen. Äh, Pech haben, sind die einfach nochmal zu weit weg gewesen. Ja, guck mal, hier ist nur, nur ein Pilz von jeder Sorte, das heißt, wir machen die einfach wieder zu und gehen einfach wieder hoch. Dann ist das wohl so. Da müssen wir auch nochmal irgendwann einen Abstieg bauen. Den haben wir hier schon mal angefangen, ne? Ja, schade, wer, äh, naja, werden wir weiter beobachten. Mal gucken, was noch passiert. So, dann haben wir ja hier letztes Mal schon irgendwie ein, ein Ding angefangen. Und, ähm, der, der eine Furnace, der hat ja kein Rezept. Das, ich hab nochmal nachgeguckt, das ist tatsächlich ein, äh, Bug, der inzwischen über vier Jahre alt ist. Ähm, ich glaub auch nicht, dass sich da noch jemals was dran verändert wird. Das heißt, wir müssen einfach damit leben, dass es so ist, wie es ist. Ähm, ich hab das Rezept, äh, nachgeguckt und wir brauchen Cobblestone dafür. Und zwar eins, zwei, drei, vier, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Dann stellen wir uns hier nämlich einfach hier mal so rein als, äh, Rezept, was man dann ja mal machen könnte. Und wir brauchen, äh, das Gehäuse hier. Cast Iron Engel haben wir. Eins haben wir. Das war einfach nur Eisen in die Maschine, äh, in den Ofen schmeißen. Ähm, äh, und wir brauchen hier ein von. Der kommt nämlich dann hier unten. Und in die Mitte kommt halt dieses Maschinengehäuse. Und, äh, damit haben wir dann quasi den, äh, LV-Furnace, mit dem wir dann andere Dinge bauen können. Ähm, beziehungsweise den wir dann ja auch hier einfach wieder hinstellen können, wo jetzt hier die Lücke ist. Dann sieht das wieder schön aus. Ähm, dann gehen wir mal eben rüber und gucken mal. So. Haben wir hier unten unsere Maschine mal, äh, gestartet letztes Mal. Na, blinkt natürlich hier vor sich hin, weil es direkt angeschlossen ist. Aber gut, das ist halt so. Ähm, naja, gut, er ist noch dabei. Aber ist nicht mehr viel. Ja, ist nicht mehr viel, ist nicht mehr viel. Wir haben hier natürlich Material ohne Ende. Wir nehmen hier mal ein bisschen was von mit. Und lassen das da einfach weiter vor sich hin brennen. Und dann gucken wir mal oben. So, so, zum Herrenhaus. Rums. Äh, du, 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 du. Ich hätte natürlich auch einfach unten längs gehen können. Zumal wir hier ja eh keinen Ofen mehr haben. Den wollten wir ja wieder bauen. Äh, leck mich mal am Arsch. Warte mal, wir machen mal. Wir machen uns einfach eben kurz einen Ofen. Scheiße geil. Didi, 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 dip. Jo. So. Ähm, das rein, das rein. Ne, warte mal, wir machen mal. Äh, die, 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 so rum. Wir machen uns da ein bisschen Kohle draus. Das geht relativ schnell und wir haben, äh, genügend dann davon da. Und wenn das hier brennt, äh, gehe ich eben drüber zur Baumfarm. Na, dann können wir die nämlich auch gleich nochmal verwenden. Ist ja nicht so, dass wir sie einfach nur so aus Spaß gebaut haben, sondern, äh, dafür, dass wir sie halt auch nutzen. Und, äh, wir können dann hier mal anfangen, den Kram so ein bisschen zu aktivieren. Na, das ist ja hier mit, mit Filter und alles und, äh, kommt dann hier rein. Da ist halt die Frage, wo es dann drin ist. Oh, äh, 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 äh. Gucken wir mal. Erstmal gehen wir ein bisschen abholzen. Zack, zack. Macht das beide? Irgendwie ja, ne? Also ich verstehe immer noch diese Logik hinter dieser Mob nicht so ganz. Also holst die jetzt einfach das ab, was dann da in der Nähe ist. Wir können ja mal hier anmachen und gehen einfach mal weg. Stellen uns mal hier irgendwie hin. Wo dann hier irgendwie... Aber nee, guck mal, der macht einfach nur den, wo man ist. Und wenn man jetzt hier und dann hier rüber geht, weil das ist ja noch relativ nah. Macht er aber dann auch nicht, ne? Also woran auch immer der das festmacht, dass das ein Baum ist. Wir können ja mal hier irgendwie... Zack, 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 zack. Gucken wir mal, was passiert. Abgesehen davon, dass die Achse natürlich auch gleich irgendwie hinüber ist. Also der nimmt die dann schon mit. Okay. Das heißt, wir können die immer so im Vierer... Zack, 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 zack. Platz im Inventar ist auch noch. Ach, den nimmt er dann auch mit, okay. Also ist sie tatsächlich nicht so ganz empfindlich, die Mod, wie ich irgendwann mal dachte. Wir können ja hier mal irgendwie volles Programm machen. Dann können wir hier den hier, den hier, den hier, den hier, den, 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 den. So, jetzt zeig mal, was du kannst. Das heißt, abgesehen davon, dass die Achse wahrscheinlich nicht überleben wird. Na, gleich ist sie hinüber. Ja. Ähm. Äh, Quatsch. Guck mal hier, wir haben ja hier... ...genug Material, aus dem wir uns einfach eine neue machen können. Ja, solange wir nicht das ganze Eisen verbrauchen, ist, glaube ich, alles gut. So, guck mal, der hat alles weggeholt hier, sehr schön. Boah, jetzt machen wir hier mal eine ganze Reihe. Pass mal auf hier. 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 Da. Da. Jetzt hänge ich natürlich hier auf der Treppe fest und ich darf die Taste nicht loslassen. So, gucken wir mal. Weil, wenn man jetzt wieder, äh, schleichend drückt, dann deaktiviert man das abbauen. Ja, einfach wieder. Und das ist dann natürlich nicht das, was ich machen wollte. Aber. Der nimmt das dann mit. Können wir mal gucken, dass wir hier mal mittig stehen. Zack. Zack. Ach, scheiße. Hängt, hängt sie wieder auf der Treppe fest. Na gut. Das dauert halt einfach nur, bis der die weg holt, ne? Siehste. 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 Und die letzten beiden. Zack. Zack. Siehste. So. Da ist das Inventar dann voll. Gut. Das heißt, ähm. Das war unsere Ablegekiste. Tun wir alles hier in die Kiste rein. Sätze Länge brauchen wir noch. Nice. Ähm. Das Holz kommt weg. Das Holz kommt weg. So. Dann. Oh, die Äpfel. Die können wir eigentlich auch mal wegtun hier. Zack. Und, oh nein. Das Eisen. Jetzt müsste er dann hier gleich wieder rauskommen. Ach, guck mal. Hier kommt das Holz auch schon wieder raus. Sehr gut. Gleich hier wieder rein. Zack. So. Äh. Die, 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 die. Die nice Setzlinge hier mal. Zack. 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 Dann können wir hier auch gleich mal wieder einsammeln. So. Soll hier nicht rumliegen. So. Da war alles weg, genau. wird die Farm wieder aufgebaut. Und dann gucken wir mal die restlichen Setzlinge. Die schmassen wir da auch nochmal rein. Zack. 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 Und dann kommt der Rest in die Kiste. Zack. Zack. So. Und den Kram nehmen wir wieder raus. Haben wir für Äpfel gar kein, gar kein Dings gehabt? Na ja gut. Nun ist es natürlich, äh, das müssen wir nur eine Million Mal machen, bis dann hier unten alles voll ist, dass man hier einfach in eine Kiste gehen kann und Sachen rausholen kann, weil das ist jetzt natürlich, guck mal, hier ist was drin. Da ist was drin. Guck mal, wo die Setzlinge gelandet sind. Da sind Setzlinge drin. Naja. Problem ist halt, man muss halt gucken, wo dann was liegt. Gut, aber dann kann man hier zumachen, das funktioniert ja soweit. Ah, wir lassen da die Tür drin. Das ist schon okay. Wobei die so an... Naja, schön ist es nicht, aber wir nehmen das mal. Mh. Geht's nämlich immer wieder zu... Guck mal, hier ist der Sch... Hier ist unser, unser, unser guter Schuppen. Unser guter Schuppen. Ach ja, da war ja... Da war ja auch noch irgendwas. So. Dann gehen wir mal wieder rüber. Na, hier ist auch irgendwo noch... Irgendwo ist hier noch unsere... Unser Platz, wo die Lichtung ist. Ist das hier gewesen? Ne. Hier ist der Hügel. Doch, hier war das, glaube ich, ne? Naja. So. Können wir mal suchen, wo es offen ist. Oder war die mehr hier hinten? Also hier ist auf jeden Fall alles zu. Das ist schon mal ganz gut. So. Äh. Ach ja, genau. Äh. So, das rein, das rein, das rein. Und die müssten jetzt dann... Kass ein. Genau. Warten wir kurz ab. Einen hatten wir gehabt. Machen wir das mal alles. Guck mal, wir brauchen hier drumherum und dann... Einen Messing... Messingbarren. Haben wir denn einen Messingbarren? Ja. Einen Messingbarren haben wir noch. Ähm. Der muss reichen. So. Ja, passt schon. So. 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 Das ist jetzt unser Craft Guide. Äh. Für den, äh... LV-Furnace. Gut. Äh. Dann haben wir den nämlich zumindest schon mal fertig. Das heißt, wir können uns gleich mal das nächste anschauen. Auto... Crafter. Ja, der war ja nicht so kompliziert. Ähm. Sagte er und hat das Rezept direkt wieder vergessen. Wir brauchen irgendwie... Irgendwie brauchen wir Eisen. Das ist natürlich jetzt alles verbrannt. Das heißt, wir nehmen das hier erstmal wieder raus und tun das erstmal wieder hier rein. Oh, dann haben wir hier wieder... Ach, guck mal, hier wäre auch noch das... Naja. Äh. Dann... Gehen wir rüber. Da haben wir ja unsere Kiste unten mit Zeugs. Und in der Zeugskiste... Da ist natürlich auch irgendwie der eine oder andere Stack Eisen drin. Ah, inzwischen müsste hier auch alles durch sein. Ja, siehst du mal. Das hier, das stört mich echt nur irgendwie, ne? Wir gucken gleich mal. So, guck mal hier. Äh. Lied. Zinn. 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 Da. Da. Hm? 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 Nicht im Ernst, ne? Ah, scheiße. Wir haben kein Eisen mehr. Hm? Das kann doch nicht sein. Wir waren noch hunderte Jahre lang in der... Wir waren noch in der Höhle. Wir gehen jetzt hier nochmal hin und holen einfach nochmal ein bisschen... Guck mal, hier ist noch schon welches. Und holen einfach nochmal ein bisschen Eisen. Dann kann doch... Hä? Wieso hatten wir keinen... Äh? Kupfer? Kann doch nicht sein, dass wir kein... Äh... Das war Eisen, ne? Guck mal hier. Das ist... Kann doch nicht sein. Wieso hatten wir kein Eisen mehr? Ich habe doch nur ein bisschen was mitgenommen. Gucken mal, dass wir hier ein bisschen was mitnehmen. Da ist... Da ist noch welches. So. Oder hatten wir das für irgendwas benutzt? Oder bin ich einfach nur wieder Elblindo? Nee. Hä? Wir sind doch in die Höhle gegangen, um Eisen auch zu sammeln. Wir waren doch eigentlich nur wegen Eisen unten, damit wir die Form machen können. Ich bin maximal verwirrt. Na gut. So, hier geht es auch nur tiefer. Können wir mal... Mal spaßeshalber runtergehen hier. Jetzt machen wir doch wieder eine Höhlen-Tour hier irgendwie, ne? Hahahaha. Und hier links. Da geht es dann auch weiter runter. Okay. So. Zama 49. Muss reichen. So. Wir hatten doch stackweise Eisen nach reingeschmissen. Ich bin doch nicht blöd. Da ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr. Kupfer, 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 Kupfer und ganz viel hiervon. Kein Eisen. So, ich denke, den Teil können wir uns sparen. Direkt hier rein. Ich muss mal kurz warten, dass wir wieder Eisen haben. Komisch, 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 komisch. So. Dass das auch alles irgendwie gleich aussieht, ne? Ey, guck mal hier. Der ist ganz, ganz minimal dunkler. Komisch, 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 komisch. So, bist du hier durch? Nein. Gut. Während das brennt. Kräftig schütteln. Erstmal schön den guten Kakao auf. So. Ein scheiß Pappstrohhalm. Na, der Stahlhalm, der ist leider zu dick. Der kommt hier nicht in dieses Loch rein. That's what she said. Ja. So. Hier ist er durch. Gucken wir mal hier. Ist er auch gleich durch. Müsste auch alles gewesen sein. So. Jetzt nimmt er das mit rüber. Und dann haben wir nämlich hier schön 98. Guck mal hier, fast 100 Eisen. Das ist doch schön. Aber das kann doch nicht. Hier passt auch irgendwie nicht, ne? Na ja, gut. Hier nix. Da nix. Da nix. Da nix. Kommt mal, der Gelegenheit wird schon mal kurz in Ordnung bringen da oben die Lücke. Und dann ist da noch nicht mal was. So. So ist wieder schön. Gut. Wir waren stehen geblieben dabei, dass wir den Autocrafter machen wollten. Dazu gehen wir mal eben über hier. Und gucken doch mal eben kurz nach. Haben wir noch Mese? Wir haben keine Mese-Kristalle mehr. Das heißt, wir müssen da auch wieder was von machen. zack, zack, zack. So. So. Und jetzt gehen wir hier hoch zur Wasserquelle. Und nun rein und rein und ist wieder heile. Ja, komm. Jetzt hier mal so rum. Aufgefüllt, rein, raus. Zack, zack, zack. So. 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 Gleich haben wir es geschafft. Zwei. Und der letzte. So. Dann haben wir die. Dann machen wir Formen. Vier. Acht. So. Dann haben wir die nämlich schon mal. Können die hier gleich rein. Und die kaputten Formen, da gucken wir mal. Ja. Kriegen wir ein bisschen Eisen zurück. So. Einmal müssen wir noch. Zack, zack. Her mit dem Zeug. Genau. Und die. Ja. Die bleibt jetzt über. So. Dann lassen wir den auch noch eben brennen. Dann können wir nämlich währenddessen noch mal schauen. Kreuz. Kunststoff. Okay. Kunststoff hatten wir ja letztes Mal schon mal gesagt. Das ist wie Papier. Einfach nur anders. So. Dann kommt hier schon mal. Zack, 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 zack. Zack, zack. Und. Zack, zack, zack. Zwei Autocrafter. Das heißt, äh. Wir brauchen nur noch. Mehr. So. Dann gucken wir doch mal, ob die irgendwie. Bevor wir das machen, wir sollten auch diesen ganzen Kram dann einfach hier damit rüber nehmen. Das heißt, wir brauchen Miese, wir brauchen die, wir brauchen die, wir brauchen die, wir brauchen die, und Strom braucht der Strom. Ja gut, ist nicht konfiguriert, ne? Also. Äh. Und. Off. Wir gucken mal drüben, wie das funktioniert. Aber Strom braucht der dann, glaube ich, nicht, ne? So. Ähm. Wir brauchen ja noch so eine Sortier. Die brauchen wir, weil dann in diesen Autocrafter natürlich nicht einfach alles so stumpf reingeschmissen werden soll, sondern wir wollen das so ordentlich dann aufgeteilt haben. Das bedeutet. Aber natürlich nicht genug von. Da müssen wir gleich mal gucken. Die nehmen wir aber mal mit. Und. Und einen teilen wir uns dann eben noch auf. Zack. Äh. 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 Nein. War. Weil falsch rum, ne? Genau. Ich bin auch so blöd, ey. So. Ähm. Zack. Zack. Ich kreie einfach diese Rezepte nicht zusammen. Oh. Ach klar, weil, äh, die, man, kann man die natürlich nicht mischen. Na gut. Dann ist es so, dann ist es so. Ähm. Ähm. Wir tun das mal hier rein. Einfach so, weil es geht. Die brauchen wir eh für nichts mehr. Und. Dann nehmen wir die hier nochmal mit. Und dann machen wir uns hier nochmal welche. Äh. Ich kriege diese Rezepte nicht zusammen. Ich bin einfach. Äh. Ja, das ist eigentlich ein bisschen traurig. Aber ich hier gebe. Äh. So. Dann haben wir zwei davon. Und. Dann machen wir mal ganz einfach. Warte mal. Wir machen mal hier nochmal. So. So. Dann haben wir nämlich zwei. Da. 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 Dann schmeißen wir hier nochmal zwei von rein. Dann haben wir nämlich ein paar. Und. Äh. Ja gut. Okay. Die bleiben halt da. So. Haben wir jetzt alles mit? Gucken wir mal. So. Äh. Ach ja. Ich wollte ja nach einanderen Dings nochmal gucken. Eben. Ähm. Detecting. Siliziumklumpen. Ich guck das mal eben nach. So. Da bin ich wieder da. Äh. Hatte ein bisschen suchen gedauert. Äh. Ähm. Da haben wir unseren Siliziumklumpen. Ich hoffe ich kann mir das merken, dass das mit dreimal Sand und einmal Stahl war. Ja. Ich glaube nicht. Ähm. So. So. Dann können wir nämlich jetzt hier mal schön gucken. Äh. Kunststoff, Kunststoff. Kunststoff, Kunststoff, Kunststoff. Alles klar. Guck mal hier. Kunststoff haben wir sogar noch. Äh. Ja. Der. Ja. Keine Ahnung. Tun wir hier mal rein. Kunststoff, 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 Kunststoff. Äh. Zack. 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 Nein. Ach. Genau. Der. 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 Deswegen haben wir ja den Aufwand. So. Guck mal. Da gibt es zwei von. Das ist schon mal schön. Weil dann können wir da nämlich jetzt mal drüben das Ganze vernünftig einstellen. So. Und dafür müssen wir die Kiste einversetzen, glaube ich. So ist doch fein. Dann können wir nämlich den ganzen Kram hier wieder reintun. Zack. 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 Und dann können wir den ganzen Kram hier nämlich wieder ins Inventar zurückschmeißen. So. Sortieren wir dann gleich nochmal. Und dann kann die Folge eigentlich auch beginnen. Äh. Ja. So. Also hier. Äh. Da 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 da. Da 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 da. Das haben wir natürlich hier irgendwie von. So. So. Äh. Genau. Das hier rüber. Das hier rüber. Das hier rüber. Das. 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 So langsam wird's, ne? So. Okay. Äh. Jetzt haben wir natürlich keinen Platz mehr für die Kiste. Ähm. Das heißt, wir lassen die erst mal stehen. So. Oh. Jetzt ist das hier natürlich auch blöd, weil wir natürlich hier mit dem... Ist mir egal. Weil wir hier natürlich mit einem Autocrafter... Äh. Der Autocrafter, ja. Dann dran wollen. Aber erst mal müssen wir hier mit dran. Zack. So. Äh. Ein Schraubendreher für unsere Sammlung. Ne? Alle nur einmal benutzen. Geht am besten. Geht am besten. Dann können wir... Äh. Das können wir eigentlich auch direkt dran machen, oder? Wir machen das mal. Das ist die Kiste natürlich... Ich geh nach Hause. Ich hab keine Lust mehr da drauf. Ähm. Wir tun mal alles weg, was wir grad irgendwie nicht brauchen. Den Eimer natürlich nicht. So. Kriegen wir eh nicht alles ins Inventar, ne? Die ganzen Hacken und das brauchen wir auch grad alles nicht. So. Also. Kiste weg. Das weg. Das weg. Natürlich kein Platz mehr für die Kiste. Sehr schön. So. Das dran. Und... Den dann auch dran. Warte mal. An der Stelle brauchen wir noch gar keine Kiste, ne? Wir brauchen die Kiste erst, nachdem das durch diese ganzen Autocraft da durchgelaufen ist. Das bedeutet, wir... Machen mal die Kiste weg. Wir machen das erst mal. Und gucken mal, was passiert. So. Dann haben wir... Dann haben wir... Hier sagen wir jetzt natürlich, welches Rezept genutzt werden soll und was er dann damit machen soll. Und hier sagen wir dann irgendwie, äh, gib uns das wieder raus. Und, äh, äh, hier müsste das dann rausgehen und würde dann in die Kiste laufen, wahrscheinlich. Wir gucken das gleich mal. Ähm... Machen wir mal Eisen, 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 hier ist Eisen. Den soll er craften, wenn er genug Material hat. Das heißt, wir tun ihm hier mal rein. Und dann craftet er die. Unabhängig davon, ob er Mese bekommt oder nicht. Okay. Äh, äh, so. Also. Rein. Und dann craftet er und fängt einfach an zu craften. Okay. Und der kriegt Mese. Ähm. Guck mal, der kriegt Mese und dann gibt er nämlich uns das dann da raus. Okay, das funktioniert. Gut, dann. Plopp. Das ist natürlich nur noch die Frage, wie das so halbwegs gut dann aussieht. Weil die müssen nämlich alle mit Mese versorgt werden. Das heißt, wir müssten die alle eins vorziehen und kommen von unten dann mit Mese dran. Außer natürlich, die geben das Signal irgendwie weiter. Aber ich glaube nicht, dass sie das tun. Ne. Kann man hier eigentlich oben einfach Mese drauflegen. Ja. Gut. Also man kann auch einfach Mese drauflegen. Das funktioniert auch gut. Dann machen wir das nämlich so. Und hier vorne ist natürlich dann alles mit Pipes verbunden und geht nachher dann eben einfach ins Lager weiter. Ja. Und alles ist das, was dann eben da nicht drin war. Gucken wir mal, dass wir hier dann in die Wand gehen oder so. Hier oben ist dann Filtertube. Äh. Ganze Reihe bis hier hinten dann irgendwie. Und die ganzen Autocrafter stehen dann hier auch alle in der Reihe. Und haben wir eigentlich... Äh... Frame. Wir haben nur die... Die Uhren. So Bilderrahmen oder sowas haben wir nicht, ne? Wir haben nur unsere coolen Schilder hier. Dann würde ich sagen, wir machen kurz mal Schilder. Holz, 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 Holz. Koldast. Schwarze Farbe. Kriegt man denn aus Koldast schwarze Farbe? Wie kriegt man denn schwarze Farbe? Beliebige Kohle? Nach schwarzer Farbstoff. Haben wir denn beliebige Kohle? Wir haben beliebige Kohle. Guck mal, wir haben ganz viel beliebige Kohle. Dann machen wir jetzt ganz viel schwarzen Farbstoff draus. Du bist doch in der Gruppe... Kohle. Beliebige Kohle. Als Rezept, oder was? Aber warum muss das doch craften? Warum muss das craften? Ich... Hä? Kann man vielleicht einfach Kohle in den Ofen schmeißen? Die dann nochmal brennt? Hm. Hä? Ist doch... Oder ist es gar nicht beliebige Kohle, sondern... Die normale Kohle. Ich will doch nur ein Schild machen, um da Eisen draufzuschreiben. Ach, Mann. Guck mal hier, das ist eine normale Kohle. Guck mal, mit der geht das? Ja, von wegen beliebige Kohle. Leck mich am Arsch. Ah, alles klar. Beliebige Kohle. Leck mich doch am Arsch. So. So, und schon haben wir Schilder. Siehste, hier geht doch alles. Geht doch alles. Ah, das reicht nicht mehr. So. Beliebige Kohle. Beliebige Kohle. So. Schild, Schild. So, dann haben wir nämlich hier Eisenblöcke. So. Zack. Und da... Machen wir Goldblöcke. Ne, guck mal hier, wir haben ganz viel Kupfer. Wir machen mal Kupfer. So. Du, 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 du. Einschalten. Ne. Kupferblöcke. So, dann haben wir das, dann haben wir das. Jetzt müssen wir das hier natürlich noch konfigurieren. Das heißt, wir machen, äh, wie war das noch? Alles aus, bis auf das, wo es weiter geht und das, wo es weiter geht. Also weiß aus und... So, wir machen erstmal alles aus. So. Wir machen an. Schwarz und gelb. Und... In... Den schmeißen wir dann nämlich jetzt mal hier... Gelb. Und dann machen wir hier Kupfer. Ach guck mal, wir haben sogar noch Kupfer im Inventar, das ist doch schön. Kupfer. Holt aus, aus, aus. Aus, aus. Und schwarz bleibt an, weil in schwarz kann es dann ja weitergehen. Und weiß bleibt auch an... Ne, weiß bleibt aus, weil es ja in weiß... Genau. So. Zack. Ne, hier rein natürlich. Ne, wir wollen es ja rausholen. So. Da geht's rein. Da kommt er raus. Wunderschön ist das geworden. So ist doch, äh, fein. Das machen wir jetzt nur noch irgendwie so oft, wie wir, äh, Zeug brauchen. Kupferblöcke, Eisenblöcke, zack, zack, zack. Ja, ganze Reihe voll hier eben mit den entsprechenden Blöcken. Die craften das und automatisch werden dann eben... Ja, guck mal, ich nehme das hier mal raus. Hier sind natürlich dann immer neun von den Blöcken halt entsprechend drin. Äh, beziehungsweise hier, ähm... Ja, also es können acht Blöcke drin sein. Also bis acht Blöcke sind dann halt verloren, in Anführungszeichen, weil die natürlich dann hier eben drin bleiben, weil er dann eben keine neun Blöcke hat zum Craften, sondern eben dann eben nur die acht Blöcke. Und, ähm, dann ist das halt so. Und, ähm, guck mal hier, die können wir hier auch schon mal hinstellen. Ah, da hinten gucken wir mal. Zack, 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 zack. Ja, machen wir hier auch. Zack, so. Dann haben wir nämlich hier, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Ist halt die Frage, kriegen wir mit der elf alle Blöcke abgedeckt? Ich würde sagen ja. Ich würde sagen ja. So. Jetzt brauchen wir noch ein paar Filter. Guck mal, wir machen uns einfach mal noch welche. Also, ganze, ganze fünf. Wow. Wow. Fehlt natürlich noch ein bisschen was, ne? Guck mal, hier, Kupferblöcke, Eisenblöcke, äh, hier müssen natürlich überall die Autocraft da noch rein. Hier vorne kann man dann eigentlich auch schon mal zumachen. Ja. Und es geht dann halt hier in den, in den Bereich weiter. Ne, es würde dann nämlich in die Richtung gehen und, ähm, da dann quasi rumlaufen. Das heißt, wir ziehen das auf der Seite einfach weiter. Oh. Ne, tun wir nicht. Okay. Ach, man, wie machen wir das denn am besten? Vielleicht drehen wir das doch nochmal um, oder? Ich glaube, wir drehen das Ganze doch nochmal um. Aber von da kommt halt wirklich, ne? Da ist halt wirklich dann, da ist halt irgendwie der Strom. Der kommt hier dann an. Und da geht's halt rum zum, da, okay. Wir drehen das nochmal um, aber nicht mehr in dieser Aufnahme. Ich hab die Schnauze voll. Äh, so. Ah, ich glaub, das wird hier auch nichts mehr. Ähm. Wir gehen mal zurück. So, hier, wo wir hin müssen. Hier hin. Äh, guck mal, es ist mitten am Tag. Ist das nicht schön? Blauer Himmel, Sonnenschein. Ja. Das war ja eine sehr erfolgreiche, sehr erfolgreiche Folge. Ich bin wie immer mal wieder top begeistert. Ich bin auch ein bisschen sehr müde heute. Deswegen ist vielleicht so die Folge nicht so ganz pralle geworden. Ähm. Naja gut. Kannst ja nichts machen. Ich sag trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Und, äh, nächstes Mal bringen wir es dann in Ordnung. Ne? Haut rein. Tschö. Und, äh, nächstes Mal bringen wir es dann in Ordnung.